So Leute, willkommen zu einem neuen Video. Ich habe heute einen Gast hier bei mir. Er ist schon neben mir und er freut sich. Kann man gleich hören. Und ja, wir spielen heute die nächste Hälfte. Er spielt die erste Halbzeit. Er hat die Schrauboffspielung gemacht. Ich habe die Säulebank gemacht, noch die zweite Hälfte. Ich hoffe einfach mal, dass wir gewinnen. Und ich probiere das einfach mal. Ich kann euch das sagen, wenn da ein bisschen Geschirr ist. Das ist so. Ja, das ist so. Ja, das ist so. Die Rücken liegt nichts zu unterstellen. Aber ich glaube, es wird einfach mal Liga uns sagen. Und ja, schauen wir uns los. Ja, der Serie A für mich geht. Johnson & Jones müsste mal eigentlich klarkommen. Ah ja. Das liegt für mich heute? believegt das Comission! Ich stimmwhichin. Ja stimmt nichts Constitutional. Warum Lonnie weiß es doch nicht so viel Martina homescheEER? Theme�, die B150 ist überhaupt scheiße. Ja mach ich doch. Ich Gonnaen ist ja atemberaubend scheiße. Ja ich das kぜhe. Ist ja gestehe. Hä Marcel. und er ist drin ja 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 das war irgendwie erstaunlich ja es war überhaupt gar nicht ja ja das ist die grenzen der mannschaft es ist ein dringend bohrte Ja, das ist unglaublich. Wollabuch, ich werde dich auf die Schiene gehauen. Ja. Ähm. Ich hätte laufen sollen. Ja, bitte laufen. Ja, okay. Ja, okay. Die Frage ist, ob wir eine Zeit haben, wenn wir auch wieder kommen. Ja, komm. Okay. Okay. Und. Und. Ruben. So richtig schwache Spieler schiebten Zeit her. So. Ja, oder? Klein Problem. So. Kann ich mal erkennen, wie es die aussehen wird. So abnormal scheiße. War das grad Gustavo? Wo? Ich glaub schon. Oh, ich hab wieder. Ohne Wurz. Das ZDM mit der Stücke da vorne. Ja, der hat nicht viel aufgenommen. Ja, das hat wirklich Spaß. Ähm, ja. Ich hab mit so'n Foul. Das äh. Das ist nicht so. Na, ich hab... Ich denk mal, wie er das hat dann so stehen. Ja. Ich spiel so alle, alle Spiele auf gelb. Alle gelb. Oh man. Oh scheiße. Wer ist das denn da? Da kann sich kein Mensch bewegen da hinten. Das ist doch. Ja, danke. Ja, oh mein Gott. Das war ein Kacksaus. Das ist einfach so. Ja, nein. Das ging hier eigentlich. Ich bin auch irgendeinig in welch seiner Erziehung worden. Ja. Unfähig. Sie machen einfach nichts, glaub ich. Mit dem übergöttifizieren vielleicht sich das auch. Ja. Ich bin überhaupt im Face. Entschuldigung. Ich hab eh keine Ahnung, wie die ganzen Leute da spielen. Ja, das sind immer mehr. Ich bin überhaupt nicht im Face. Ähm. Ja, aber. Mit dem übergöttifizieren. Hab ich hier gerade das zu eins kassiert. Tja. Weil Costa oben zu gesamt. Ja. Ja. Das war scheiße. Guter Anfang jetzt sozusagen. Ja, komm. Ja, ich soll ja mal warten. Du kannst das Spiel immer aufgeben. Neues. 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 Das fühlt sich alles so komisch an gerade. Ja. Ja. Keine Ahnung. Das war auch so sluggig. Ach, nicht mal. Scheiße, ich hab die Befehle von mir. Ich hab die Befehle von mir. Ich hab die Befehle von mir. Man. Ja. Ich hab' mich rumschitten müssen. Ich hab' sie rumschitten müssen. Ähm. Ist das so? Ja. Das war eine Grätsche eigentlich. Ich kann mal alle mal zu können rücken. Ja, aber die Bäume ist ganz nett. Ich glaube... Ja, ok. Wenn ich bis dahin bin, mache ich jetzt den ganzen Schale erst. Ja. Ja. Ach, das geht. Na ja. Ja, ok, das ist schon krass. Junge, wir haben vier bis vier Leute. Kann ich da dazu rein? Ah, der war... Der hat mir nicht fest nochmal. Ja, der war nicht gut genug. Ich glaube, der auch. So... Und dann... Jetzt proben... Abseits. Kann abseits. Abseits. Ja, ich... Ja, ich versuch ich gerade an. Kann ich da nicht... Was ist denn den Ton eigentlich ausgelacht? Ey, der passt sonst hier dann nicht hin. Ähm, ja. Bring ihn weg, Alter. Scheiße, es klappt auch. Der wirft sich echt zu krass. Oh nein. Ich hätte es nicht mehr so gut. Ich hätte es nicht mehr so gut sein. Ah, ja. Prins, Prins. Oh, du hast du mal. Oh, du hast du mal. Ja. Jetzt. Alles absetzen. Kein Ball. Brauchst du nicht? Ne. Scheiße. Wir freuen uns. Nein. Ja, okay. Scheiße. Okay, habt ihr die beiden so? Jo. Oh, scheiße. Jetzt bin ich wieder am Brücker und wir machen direkt mal eine Auswechslung. Glaube ich nicht. Wir bestellen auf jeden Fall. Aber wir werden raus. Scheiße. Wir machen auf jeden Fall mal ein Bail rein. Vielleicht spielen wir wieder. Wir holen ein paar Anwendungen rein. Die Wahl. Ab und gelaufen. Ja, da sind wir ab und gelaufen. Wir haben auch in die Liefelziehen gewonnen. Wir machen alle in die Liefelziehen. Ab und gelaufen. Ja, passt. Ja, passt halt alle. Ich bin mal gespannt, ob das was. Ich weiß, leider. Ich bin schon. Scheiße. Ist überhaupt kurz. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich wollte sehr. Ja. Ich kann es nicht angucken. Ich weiß nicht. Nach außen. Noch mal nach außen. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ja, wahrscheinlich. Oh mein Gott. Ich weiß nicht. Ach komm. 2 zu 1. Ups. 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 Der Team erpast dich einfach durch. Ah. Schönes Ding. Ja. Ja. Die machst du die ganze Zeit. Die Abwehrten. Die Abwehrten. Die Abwehrten. Die Falten. Noch ein bisschen. Nein. ja ja ich dachte ich da geht rein Schönen wir einen, da steht noch, wo hat er geschossen, er hat in die Nähe, ja, ich weiß. Na ja, ich habe meine Zweifel. Er hat den Skill wirklich, also, er weiß nicht, ob er viel verspielt, aber immerhin drückt er die Wiederholung, aber nicht so spät. Man, Robo, das stimmt ja nicht. Sokratis, bist du behindert? Na ja, die kann man aber schon erhalten, ne? Ja, der hat er ja. Okay, dann kein Foul. Jawoll, du Biest, Alter. Ja. Jawoll. Der Typ ist krass. Das ist unfall. Der ist ja gar nicht mehr gekauft. Einfach vorbeiziehen. Nix vorbeiziehen, du musst einfach nur zum Ball humpeln. Meine Verteidiger gehen einfach alle beiseite. Ah, ja. Okay, Reuss, den Ball humpeln, der ist jetzt vorliegend. Seht gut, macht er halt. Ja. Das ist ja. Dann darfst du jetzt nicht mehr los. Also den wollen nicht. Oh, das war. Ja, ich bin vor. Ja, ich bin vor. Ja, da wollte ich die andere Richtung nehmen. Ja, da hat er ganz stark ganz gut hier. Oh nein. Oh nein. Ich hoffe, dass wir uns das kostet. Stamm. Das ist schon jetzt gut. Stamm. Der hätte ruhig drücken können, so ins Tor. Na wenigstens kann Boatengen, die Kopfballgeuging ist doch für den. Ich bin mir eigentlich nur mit. Kompier ruhig. Da haben wir doch keiner. Kompier ruhig. Ich bin einfach zu normal für... Ey, ich spiele einfach zu normal für dieses Spiel. Das ist Reus, der ist schwach, das ist unfassbar. Der ist so stark wie ein Blatt Papier. Okay, ich sag dir, wir müssen jetzt mal rechts nach unten machen. Rechts unten? Rechts unten. Rechts unten, sagt mein Freund. Ich bin nicht antworten. Und da lässt er sich einfach fallen. Ui. Oh Mann. Ja, okay, machen wir den Löschen, ist egal. Ich mache den Löschen. Ich mache den Löschen. Nee, wenn der Hals. Danke. Ich mache nicht mal unten, aber das war's. Reus, schön gemacht. Auch ein Ding mal. Alles gefällt mir jetzt. Ach komm, das war auch kein Foul. Kostar ist doch eh so ein Schwächling. Ja, auch. Ich hätte das Spiel so einen scheiß komischen Pass. Glaube ich. Oh, und da ist der Bale. Oh, und Bale hat es gefällt. Aber da steht noch Holz. Das war ein Foul schon Bale, weil er einfach weiter gelaufen ist. Ja, wow, als ob Bale so stark ist, dass es faul ist. Oh, das ist ein starker Bar. Das war unser Respekt. Respekt. Das ist bei mir aber auch so. Ich spürte, dass die Bale eigentlich abfangen sollten. Ja, wir lassen sich tunneln. Oh, Bale, Alter. Ja, ich mache mal. Lauch. Hey, war. Das war faul? Ja, das war faul von Benk. Ja, komm, komm, Benk. Schick. Robin, linker Fuß. Robin! Komm schon. Der hätte so richtig geil reinmachen können. Doch, Kassel, auf einmal stehen bei dem nur noch vier Leute hinten bei mir, aber es ist immer mindestens acht Leute. Ich bin damals ein Kapper Biel. Aber, ich soll es nochmal aufhalten. Ja, gut. Robin? Nicht mal. Äh, wir freuen... Nein, nein, nein. Hey! Aber, das ist eigentlich ein Robin, die... wenn er will, wenn er will, ist es zugegeben. Also, wo ist denn? Boah, Tankhole ist gut. Er kann sich nicht so gut sagen, was da ist. Ja, aber auch Bale ist ein Loch. Der kommt auch an. Jawoll! Bale! So eine Pace, oder? Bale! Das ganze Scheißspiel zeigt nur, dass das Scheiß Paceen belohnt wird, ja. Das Bale belohnt wird, ja. Das ist das Einzige, was dieses ganze Spiel zeigt. Egal, der ist drin, drin ist drin. Ja, ich halte es. Der ist schlimm. Da sind wir auch fast zwei. Jetzt steht den... Das ist dein Ernst, oder? Da hinten! Ah, verdammt aber. Wer geht euch? Wer geht euch? Nee! Ich dachte mir, man hat keinen Bock und zu, dass der nicht spielt mit den Augen oder die seine. Sack! Wir brauchen ja rechts oder nicht so? Eigentlich rechts, aber es fühlt sich doch auch auf Wurzeln, das scheint egal zu sein. Wie dachte er? Ja, spielt er ja auch überhaupt nicht. Ja, da muss man einen Vorfall sein. Ich mache einen eigenen Teil. Ja, oder auch nicht. Danke, wie. Das Bla professional. Meine Liga, ich drückgang das dir keine Scheiße, ja, ощущendar, das lexxngrä. Das ist ja keine Scheiße. Du hast es verpackt. Du hast es verpackt. Ne, ja, scheiße, alles. Ich schalte mal auf F einmal, mir doch scheiss, egal, das Ding geht da nicht rein... ...denn ich nochBitte meiner pensando-. wieder das stammt ich bin gewonnen wir haben das ergebnis noch mal gedreht Ja, ja, ja. Mit fucking Bale. Ja, super spartig. Mit Pace. Bale ist einfach Biest. Wir sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal und vielleicht ist es ja auch mal eine Folge.